Heute mit Christina zur Mühlen. Herzlich willkommen bei Nano. Nach dem Hackerangriff auf hunderttausende Rechner weltweit ist wieder einmal mehr klar geworden, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Gleich mehr nach einem kurzen Blick auf unsere weiteren Themen. Nach der weltweiten Cyberattacke hat die europäische Polizeibehörde Europol heute vorsichtige Entwarnung gegeben. Die Schadsoftware WannaCry hat sich offenbar nicht weiter massenhaft ausgebreitet. Experten hatten befürchtet, dass WannaCry mit Beginn der Arbeitswoche erneut weltweit Computerlarm legt und Lösegeldzahlungen fordert, so wie es auf hunderttausenden Rechnern bereits passiert ist. Und ich begrüße jetzt den Experten für Cybersicherheit Sandro Geiken. Er berät u.a. die NATO und ist uns aus Rundzugeschaltet. Herr Geiken, wen trifft Ihrer Meinung nach die Schuld, dass der Hackerangriff gelingen konnte? Sie noch einmal zusammengestellt, was Sie tun können, wenn Ihr Rechner betroffen ist. Die Cyberkriminalität nimmt also rasant zu. Und an der Uni Saarbrücken werden Studenten sogar wissenschaftlich fundiert zu Hackern ausgebildet. Allerdings mit dem Ziel, den Kriminellen etwas entgegenzusetzen. Studierte Cybercops. Denn im Studiengang Cybersicherheit sind die Studenten Angreifer, Verteidiger und Forscher in einer Person. Tja, eine gute Portion Idealismus gehört wohl überall dazu. Am Wochenende gab es in einigen Regionen Deutschlands heftigen Starkregen. Hier eine Aufnahme aus Thüringen. Auch Niedersachsen, Bayern und einige Gebiete in Österreich traf es. Das Problem beim Starkregen ist, eine Vorhersage ist extrem schwierig. Denn die Wolken, in denen er zusammengebraut wird, die entstehen sehr schnell und verschwinden auch genauso schnell wieder. Nun wird es Starkregen auch in Zukunft immer wieder geben. Infolge des Klimawandels wahrscheinlich auch viel heftiger als bislang. Und die Auswirkungen werden gravierend sein und teuer. Dabei könnte man gerade in den Städten mit baulichen Maßnahmen, aber auch mit einfachen Tricks gegensteuern, wie eine Analyse zeigt. Wie anfällig sind sie eigentlich, beim Einkaufen auch die vermeintlichen Sonderangebote in den Korb zu packen? Eigentlich kennen wir doch die Tricks der Marketingleute. Und trotzdem fallen wir immer wieder drauf rein. Jetzt behaupten Psychologen sogar, dass Unternehmen noch mehr Geld für ihre Produkte verlangen könnten, ohne dass sich bei uns Käufern Widerstand regt. Denn offenbar sind wir bereit, noch mehr für ein Produkt zu bezahlen, wenn unser Gehirn sagt, das ist der richtige Preis. Vor der Markteinführung eines neuen Produktes blicken Unternehmen deshalb gerne den Verbrauchern ins Gehirn. Neuro-Pricing heißt dieser Trend. Die Deutschen lieben die Kartoffel. Schmeckt ja auch wirklich lecker und ist so vielseitig. Übrigens nicht nur bei der Zubereitung. Wie nützlich eine Kartoffel ist und wie man sie ganz einfach schälen kann, zeigen wir Ihnen jetzt unter dem Hashtag Kartoffel. Und mit diesen Tipps sagen wir Tschüss für heute. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dann.